Wir hoffen es mal wieder, ganz glieder am Start, heute mit einem sehr hilfreichen Trick für euch. Und zwar zeige ich euch, wie ihr in Free Aim Lobbys trotzdem teilweise Zielen aktivieren könnt. Dazu im Story Modus erstmal schauen, bei den Einstellungen, ob ihr dort auch den freien Zielmodus eingestellt habt. Und dann geht ihr hier erst in eine beliebige Sitzung. Wenn ihr natürlich keinen Story Modus besitzt, dann solltet ihr dennoch die Möglichkeit haben, irgendwie den Modus umzustellen. Das Ganze hier für Playstation 4, 5 und auch für Xbox, worauf ihr natürlich auch achten müsst, ist, wenn ihr dann die Sitzung einmal wechselt, nachdem ihr das in der Free Aim Lobby umgestellt habt, dann kommt ihr natürlich auch wieder mit Spielern zusammen, die auch wieder Auto Aim besitzen. In der Sitzung dann hier angekommen, prüfen wir das Ganze nochmal. Wir gehen nochmal auf die Einstellungen, Steuerungen und ihr seht, wir sind immer noch im freien Zielmodus. Das heißt, jeder andere Spieler hier kann euch auch nicht anämen. Wir wollen das Ganze jetzt aber umstellen. Deswegen suchen wir uns erstmal einen Platz, wo noch NPCs sind, damit ihr auch seht, dass ich tatsächlich nichts anämen kann. Wenn wir jetzt hier unterstützte Zielen hätten, würde das automatisch jetzt auf den NPC draufgehen, würde sogar mitlaufen und wir stellen das Ganze um. Dazu sucht ihr euch unter den Kontakten entweder Simeon, Geralt, Les oder Martin raus. Dort könnt ihr Jobs anfordern. Wir brauchen diesen Job einmal zum Verklitschen. Sobald ihr das dann einmal gemacht habt, bleibt das so lange in der Sitzung bestehen, bis ihr natürlich die Sitzung wechselt oder halt den Job startet. Der Job ist nun da. Wir gehen auf die Jobliste, gehen auf die Mission drauf, sodass wir den Inhalt lesen können. Und jetzt braucht ihr entweder einen AFK-Bot. Damit funktioniert das natürlich am einfachsten. Könnt natürlich auch einen Freund fragen, ob der einfach mal in eine Einladesitzung gehen kann und dort in einen beliebigen Job. Beim Beitreten jetzt darauf achten. Das Timing kann von Spieler zu Spieler unterschiedlich sein. Ich habe mir das jetzt hier sehr einfach gemacht. Nach dem Beitreten kommt unten rechts, die Details werden abgerufen. Dann zählt ihr einfach bis 3 und spammt dann x komplett durch. Das heißt, beitreten und dann dauert das ein paar Sekunden. Dann kommt unten rechts die Anzeige. 1, 2, 3, x durchspammen. Und in der letzten Meldung bleibt ihr jetzt so in dieser Meldung drinne. Und ihr müsst den Bot jetzt noch ein oder zwei Mal nachjoinen. Je nachdem, wie es bei euch funktioniert am besten. Müsst ihr einfach mal ausprobieren. Bei mir hat das Ganze jetzt schon gereicht, dem Bot noch ein zweites Mal nachzujoinen. Wir gehen wieder auf Beitreten. Alle Meldungen, die jetzt hier kommen, wieder mit x durchspammend annehmen. Dann kommt hier diese letzte Meldung und die nehmen wir auch noch mit x an. Und dann kommen wir wieder zurück in die Lobby. Und es ist immer noch exakt die gleiche Lobby an der gleichen Position. Wenn wir mal die Pfeiltaste nach unten drücken. Die Spieler sind jetzt hier immer noch drinne. Wir gehen mal auf die Einstellungen. Bei der Steuerung seht ihr jetzt hier teilweise unterstütztes Ziel. Das heißt, wir haben das Ganze umgestellt, obwohl wir nicht in den Story-Modus gegangen sind. Jetzt machen wir den Test einfach nochmal. Da hinten sind wieder NPCs. Und sobald ihr die jetzt anaimt, seht ihr, die werden automatisch anvisiert. Egal wo ihr hinschaut, die werden sofort angezielt. Auch wenn die wegrennen, das funktioniert nicht nur bei NPCs, sondern halt auch bei anderen Spielern. Das Ganze könnt ihr hier zum Beispiel nutzen, wenn ihr Waren beschafft oder Waren verkauft und euch andere Spieler nerven. Könnt ihr die hier ratzfatz erledigen. Das gleiche gilt natürlich auch für gegnerische NPCs. Das war es auch schon mit dem Video. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann würde ich mich über eine Bewertung freuen. Und seid ihr neu auf dem Kanal, könnt ihr auch gerne abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Bis dahin, haut rein und tschüss.